UNTERTITELUNG Die Witte brengt! Die Witte brengt! Richtung wechseln! Richtung wechseln! Ja, was erwartest du? Hallo! Ah! Ah! China ist weg! Kapol! China! Hey! Hey! Use it! Use it now! Zwei Kirsten? Zwei Kirsten? Ja! Drei! Drei! Warte, zuhör! Vier! Darauf wollten wir doch hinaus! Fünf! Zehn! Das ist nur eine Kiste. Wie ist das für eine Kiste? Anni, du bist das für eine Kiste! Was macht was? Das ist ein mitgenommen. Gibt's auch die Kiste! Wie bei dir? Drei Mal gegen den Lauter? Du bist ein mitgenommen, aber ... Warte, schau! Das geht dann nicht! Mann, Mann, Mann! Mann, 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 Mann! Lini! Ja! Jungs! 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 Video, Video, ich hab's auf Video. Uh, da ist was drauf. Na, klar. Nutzt die Weite. 1, 2, 6, 2, 2, Jaaa! Das ist ungefähr ein leichter Grund, warum ich auch hier American Football anstehe. Die Blut ziehen und saugen. Blut ziehen beim Football? American Football? Ein, zwei Cuts hast du da pro Spiel eigentlich. Schau. Neunkirsche. Ellefeld. Ellefeld Neunkirsche. Ja jetzt, ihr dürft ja nicht ein paar Minuten spiel. Oh shit, das ist nicht so. 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 Alles gut. Zwei, drei mal ein bisschen Ball spielen. Shit. Shit, das ist ein neuer Weg. Du musst den Ball größeres aufstellen und du kannst erst weiterspielen. Ich geh mal den Kasten von dir kaufen, oder? Ich geh mal den Kasten von dir kaufen, oder? Und du kannst den Ball neighborhoods aufstellen. Du kannst den Ball größere aufstellen und du kannst den Ball größeres aufstellen. Ich geh mal die권ische Weiswappen. Du kannst den Ball, die sind richtig blöcht, oder? Ich geh mal die Kasten von dir. Die Kasten von dir. Alright. We're going to go. All together, all together. All together. Okay. Let's go, Merritt. All in, Steffi. Jenna! Thank you! Go! Let's go, let's go! 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 Das ist ein Fettig. Das ist ein Fettig. Die ist um hier in die Beine zu bekommen. Das ist ein Fettig. 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 Applaus Indian empfieh! Hildrex schMPf Hildrex Dulz Ziem finde Ihre beste Das ist schon wichtig, weil sonst von der Gegner die Beine umlaufen, berührt dich und noch mal 10 Meter ab dem Punkt, wo die Bewege rüßt. 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 Das war ein bisschen abgeschafft. 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 Und dann, der Unterschied zwischen der Regionalliga Bayern, was mit der stärksten Regionalliga ist in Deutschland, von der zweiten Liga ist nicht die Qualitätsschule hier drin, sondern die Schnellzeit ist nicht so fest. Und die höheren Wäste, wenn man eine Frau ist, die bringen nie, die so eine körperliche Masse sind, dass sie mithalten können, auch sie bekommen aus Deutschland oder so, und sie bringen dann hart. Deswegen passiert das Karriere weniger, aber die Regionalliga ist das auch nicht. Und wenn der Bierbohrnchen gegen Schwangerschaftsspeifen hast, Schwangerschaftsspeifen habe ich auch. Das ist so. Ja. Sie haben schon etwas im Schöpfchen angeht. Ja. Ich bin immer ein Schöpfchen. Nein. Ist das der Frau? Das ist der Frau. Das ist nicht so. Wir sind die Schwarzschule. 5. ihn, gestartet daran, dentezigkopf hatte ein Weg vor der Prinz. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Du weißt es doch, wofür waren die Prüfung? Verwaltungsfachangestellter. Da hat sie sich ja eher die Mühle geprüft gemacht, aber sie hat's ja alle geschafft, die es von mir gehört hat. Selbst ich hab's geschafft, erfolgreich, sogar zweimal. Warum hast du zweimal gemacht? Weil das erste Mal, ihr habt nicht gezählt, waren sie selbst Frau ausgebildet? Nee, das erste war Verwaltungsfachangestellter und das andere ist Verwaltungsfachwirt. Im Grunde der Meistertitel, ganz grob ausgedrückt. Kann ich jetzt Master nennen? Nein. Master? Werden wir uns auch nicht was ausspielen? Aktuell, nein. Ich spiele ja in Völklinge. Oh, ist das nicht los? Ortzrecht. Und ich spiele erst, wenn sie nie mitfahren, dann geht es nie wieder hin. Oh, nein. Aber we geht's was? Auf die Knie ins Kopf. Vielen Dank.